So, nix. Du da weg. Aha. Nix. Secret is in the tree at the dead end. Awesome. Awesome. Awesome! Gib mir doch wenigstens, womit ich die Bäume kapu... Hier ist wieder nichts Brauchbares. Kann ich das hier irgendwie kaputt hauen oder so? Scheiß. Bombe. Bombe! Oh, und komische Viecher verfolgen mich. Und ich bin schon wieder fast tot. Ich geh mal nach oben. Nein, das sind Viecher, die mich töten wollen. Was ist links? Nein. Okay, ich geh lieber zu den komischen Viechern, die mich töten wollen. So, und du mal ran. Boomerang! Boomerang! Nein, 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 nein. So, okay, okay. Nein! Nein, nein, nein! Mann! Und wieder den ganzen scheiß beknackten Weg neu laufen. Alter Schwede, ich... Habt ihr gerade so viel Spaß, das glaubt ihr gar nicht, das hört man auch schon voll, ne? Sui Shumaru featuring The Legend of Zelda, verpiss dich! The Legend of Zelda, langsam prägt sich der Weg aber ein, der brennt sich, der kann ich gar nicht anders, als ihn zu behalten. Der brennt sich in meine Seele. So, ach, ich bin der Weg, den du nie wieder vergessen wirst, was, warum tauchst du direkt vor mir auf, verpiss? Ach, geh weg, geh weg, geht alle weg, lasst mich in Ruhe, lasst mich durch, ich bin Link, The Legend of Link, ich bin Link. So, und, was war da oben? So, war da, da war der Kack wieder, so, jetzt bin ich zurück. Meine Freunde, nehmt euch in Acht. 2, 1, Risiko! Da, quink, da, aua! Egal, rein da. Oh Gott, ja. Hm, komm, äh, ich muss Robite sammeln, ganz einfach. Andertiert das nicht. Ich brauch, nein! Du da hinten, gut, du bist untreffbar, scheißegal. Und was ist hier? Und wieder gehst du wieder runter und nichts anderes. Gebt mir doch wenigstens Geld. Und springt doch nicht so schnell, ich kann euch nicht treffen, wenn ihr das so macht. Ihr beknackten Dinger. Oh mein Gott. Okay, 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 und jetzt. Oh Gott, boah. So, was wartet hier unten auf mich? War ich hier auch schon mal? Ich hab keine Ahnung, wie sieht das hier wieder alles gleich aus? Dort bin ich gleich ganz, oh, nein, hier war ich schon mal, hier war ich schon mal. Okay, dann geht mir doch, wie sie mir einfach keine Ruine geben. Das ist so unglaublich beknackt und scheiße und da war wieder nur dieser eine Typ drin, der mir irgendwie... Nein! Warum hast du ein Haus, was so aussieht wie ein Tempel? Irritier mich nicht, Alter. Sack. Ohne Witz, ich seh schon. Wenn ich diese Kacke hier hochlade, irgendwo, ich laufe die ganze Zeit dran vorbei. Wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte. Oder wo bin ich jetzt schon wieder? Ach, keine Ahnung, egal. Lass mich vorbei, haut alle ab, gehen fast weg. So, warte jetzt hier. Ne, da geh ich schon wieder weg. Da war ich überall schon. Da war ich sowas von schon. Überall schon. Quasi, brasi, brasi, aua. Geht weg. Geht, geht weg. Geht weg. So, was ist hier? Ach so, hier ist wieder der schöne Weg. So, was geht, wenn ich hier links bin? Ich ahne, dann komme ich wieder in dieses Labyrinth, ne? Yo, I come to the Labyrinth of Nightmare. Wo ist der dritte Tempel? Boah, ich finde nicht mal den dritten. Wo sind denn denn die anderen, bitte? Oh, ich, 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 pfff. Ich sollte da blind drüber schreiben, weil ich echt nichts mehr weiß. Wie man sieht. Okay. Oh man, ey. Das Einzige, was ich jetzt in vier Videos erreicht habe, ist ein Schwert. Und den Boomerang. Und ganz, 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 ganz viele Tode. Oh mein Gott, ich muss sparen. Ich will die Kerze haben. Ich will wissen, was die Kerze ist. Die muss mir Licht machen oder irgendwie sowas. Hat sich doch schon so einen Effekt. Und, ach man, haut ab. Gebt mir doch Geld! So, hier da. Nee, nix, nix. Oh Gott. Hier bringt nichts Geld. Das ist doch so ätzend, ey. Ja, haut ab. Verschwinde. Verschwinde. Was ist hier? War ich hier schon? Oh, Händler. Mann. Ihr habt immer gut Geld gebracht. Ja, siehste. Das sind, aua. Geldmaschinen. Jetzt muss ich nur noch so einen Kerzenhändler finden. Weil hier sammle ich jetzt erstmal... Ich kann hier keine Rubine sammeln, weil die nicht neu spawnen. Was ist so arteschreckend? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Den alten Mann am Grab soll ich treffen. Kann mir bitte mal jemand verraten, wo hier ein Grab sein soll? Ähä, ähä. Ich sehe Nikes Grab. Ich sehe nur viele Octoroks, die nicht geben wollen. Geld. Und da ist... Nein, da war ich doch auch schon bestimmt garantiert verkackt. Und das ist hier... Irgendwie... Nein, 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 nein. Okay. Ah, egal. Scheißegal. Ich mach das jetzt. Ich mach jetzt den vierten Tempel, weil... Ich find nichts anderes hier, weil es... Zum Kotzen, diese Scheiße hier. Mann, ey. Ist ja unnormal. Macht echt keinen Spaß mehr. So, so. Und was ist... Du bist... Du willst... Nein, es wird wieder dunkel. Egal. Vielleicht krieg ich ja mal was Schönes, wenn ich euch alle kille. So, da kann ich lang. Da... Hier, ich komm nicht an euch ran, um euch den Chaos zu machen. Ah, da unten, okay. So, 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 so. Yes, das war ein guter Strike. Und... Och, geil. Bringt mir gar nichts. Spacklos, ey. Boah. So, leg weiter. Bombe, es bewirkt nichts. Dann will ich da unten hin. Will ich da unten hin? Will ich da unten hin? Bombe. Nichts. Wofür ist dieser Raum denn da? Er bewirkt gar nichts. Rein... Ne... Ey. Okay. Oder hab ich hier den Kompass gefunden? Ich weiß es nicht. Boah. Hau ab. Okay, und wieder offen. Innerhalb Traum ist wieder dunkel. Und wir rennen da. Und wir treffen nichts. Gut, ganz, ganz knapp geschafft. Wir waren Schleims. Oh mein Gott, sie sterben sofort. Sie teilen sich nicht mehr auf mit dem Schwert. Mit dem Master Schwert. Wenn das das Master Schwert ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein dickes Schwert. Und ich liebe dicke Schwerter. So. Lam, bam, 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 bam. So. Die machen wir nichts irgendwie, glaube ich. So. Und da ist irgendwie kein Durchgang. Okay. Da kann ich nicht mal hin. Ich wette. Ich kriege hier in diesem Tempel die Brücke. Das sieht schon so aus. So brückenhaft. Oh Gott. Ich bin hier schon... Ah! Ist doch egal. Kommt. Kommt schon. Und lasst euch treffen. Lasst euch einfach treffen. Nichts keine Schande. So. Danke. Und weiter nach links. Und was kriegen wir hier? Ach ja, stimmt. Hier war der Raum mit den unbesiegbaren Schwert. Aber jetzt habe ich ein Master Schwert. Bam! Wie ihr wegfetzt, Leute. Ihr habt keine Chance. Bam! Bam! Und ja. Die Dinger paralysieren mich übrigens. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht mehr schlage. Nachdem sie mich getroffen haben, liegt das daran. Und diese Dinger halten verdammt viel aus. Ja, ja. Und das scheiß Stromding. Oh Gott. Ein Wunder. So. Oh Gott. Was? Es bringt wieder nichts. Bitte sagt mir, dass ich jetzt einen Stein verschieben kann. Den ich erst dann verschieben kann, wenn ich hier die Dinger kaputt gemacht habe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wäre jetzt echt... Das wäre es echt gewesen. Und die Brücke. Die Leiter, eher gesagt. Dann eben. Von mir aus. Aber für... Nee, für das ist eine Brücke. Oh Gott. Okay. Und ich mache hier in einem kurzen Schnitt. Because of... I have to make... Ne? 20 Minuten. Und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.